Wir sind hier in dieser Kurve, lasst uns mal an der Kurve raus William bleibt noch kurz hier, wir diskutieren kurz aus, ob wir in der FOP Ziel geht schon mal zu Chakka Kott, ich brauche noch zwei an mir, der Bravo ist unten und oh Gott Setz Rally, dann lass hier, ne hier dahinten die Leute, die Backcaps machen, Respawn, dann können die hier rein spawnen, ich gehe glaube ich am schnellsten Du hast beinahe für dein Fireteam schon mal einen Cipson Ja komm, Zip, wir gehen schon mal vor Vorher zieht das Rallye auf Äh, soll Pete und ich auf Abarth gehen Und ja Und dann wahrscheinlich bei euch oben respawn, oder wie sollen wir das machen? Lass noch mal kurz Stamina, und dann rein Ganz kurz Nochmal Äh, Pete und ich Ja, ich bleib mit durch Wir sind jetzt ja bei Dank dir Wanderberge, sollen wir nach, äh, Side gehen? Ja, locken Sie ja bitte Okay Du siehst doch nichts, nein, das ist ja genauso wie ich Na, sag das nicht Nabus, schau mal die Tau auf Ja, wir haben ne Kette, aber die ist Jo Jo Irgendwo bei Ping, denke ich Ist dort ja kein Feinkontakt, Schakakot Jungs, keine Kontakte mehr auf Chakak? Ja, wo ist das so positiv? Check Check Doch, ich seh Kontakte im Nordwesten von Chakakot, oben auf dem Hügel Ja Mehrere Gegner, das ist ein ganzer Squad wahrscheinlich Check, sieht so aus, so führen sie da oben ne FOT Ja, die bauen da oben, glaub ich Äh, I-Mark ist weg, I-Mark ist die Position Ja, check Check Die anderen Squad sind auch bescheiden, oder vielleicht die Hand davon Äh, fahrendliche Kette, südlich von Sabat Ungefähr zehn Meter südwestlich meiner Position aus Check Kennfahrzeug, oder? Ja, Kennfahrzeug, ne? Äh, Kennfahrzeug, ja Ja, sie ist nicht im Fluss, am Hangessee Ja, ist egal Ja, ist egal Okay Äh, zückt die Bomber, ich tue dich der Falle nicht Wie ist der Stand noch Siled? Wir sind noch nicht da Wie sieht's denn in der Gibson aus, Pfeiler? Äh, 2, 3, Grip Wir kennen Sagt die jetzt, wir nicht Siled verlieren, ist das ein Safe eigentlich Ah, check Okay Ich bin aktuell davon ausgehend, dass die Feinde es wieder cappen Die haben nämlich schon da den Punkt davor Cap ist gleich durch Cap ist gleich durch, jetzt durch Die cappen nicht mehr Ja, check Ne, das geht nicht, das geht zur Seite, aber okay Mal ganz kurz Aber wir haben keine Transportmöglichkeit Ähm, brauchst du die Organisieren? Sieh mal den Logi Ähm, da ist ein Fahrzeug, aber im Westen oder MG, das schießt Bei Brabomark Schickt mir eine Fahrzeuge Fahrzeug bei Brabomark, okay Schickt mir ein indo hoch Du wirst Du wirst Weiß, wie sieht's denn sellebert aus? Cap Status? Ähm, Nein, hat angecapped, aber Käpt geht nicht weiter Kette ist immer noch akkurat Als Position unverändert Wenn nachspawn, spawnt der Zeitabacht nach Einmal einen neuen holen Weiter Mein Kontakt auch nordächtlich von Sabat Ich bin gleich wieder bei Abarth rein, schau mal was Seltabacht Wie siehts da gerade aus? Ja, Seltabacht rein spawnen und nochmal Druck machen Solange es geht Fein Cap Fein Cap Also weiterhin Schaukack verteidigen und irgendwo muss da die Tau am besten sein Beziehungsweise die Tauern sie noch nicht laut, aber das kommt gleich Geht schon weiter interaktiv Check Wir haben uns Zeit verloren Checkt dann alle noch Nur noch nach Chakakot Soll ich bei euch schon bei ähm Ja 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 Unten spawnen Dann Zeitabacht machen, solange es geht bis der Herd weg ist Nils Okay Ich brauch dich gerade nicht Aber die C-Jungs und die B-Jungs müssen versuchen den Westen zu kommen Jullius Jullius aplict zu mir Nach Südwesten Jullius Jullius andere Richtung Es ist ein Marker. Ja. Okay. Was ist denn da hinten, Feinde? Wo ist da hinten? Oh, sorry. Ich hab dich, äh, shit. Äh, beim Fogmark, äh, Coppropro. Ja, und da sind auch welche. Oh, was ist denn da hinten? Da ist auch noch ne Happ. Aber keine MG-Stellung mehr in unsere Richtung. Ah, die Happ ist... iumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumiumium ja wie sieht es im besten aus bei der frau er kommt gerade wieder ein laster angefahren ab steht noch infanterie spawnen wo ist das da weiter weiß ich gute arbeit die sterben von inside ganz kurz posten ist der logi schon voll ich habe ihn noch angeholt ich habe geachtet außerhalb nordwesten von der koppel sind noch feinde gerade und zwar sind die einzigen die da oben noch leben bestanden kk 2k und infanterist 3 und infanterist 4 check ok jetzt machen wir das nächste mal noch mal ein push zusammen und dann wird sich auch ein aufs reunion da alles also dann lass mich stop 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 mal nicht nach spawnen wie sieht denn es hier bald aus piet kurze einschätzung bringt es was wenn wir spawnen und reinführen ich brauche noch viel unterstützung check dann alle die noch da oben sind wir pushen einmal nach seien der butt zusammen wollen das ist wichtiger als die vor dem besten rwrwrts2 rwrts2 rwrts2 soll ich denn da raus ja ich komme grad hier noch nicht außer hub raus um ein also alle in der butt bereich ein reich aus machen ist das aber wenn das B schlägt dann ist das ok Die haben definitiv keine Feindbezüge da brannt, sonst wird es nicht gecampt, wir haben ein bisschen angecampt und es steht seitdem Die haben die Feind drüben Taxi, komm, die kommen hoch Jungs, was ist zieling left? Das kennt man hier Achtung, die haben eine Img-Stellung hier Img-Stellung, äh, Richtung West eher Die kommen jetzt schon von Side-Abad, äh, Richtung Norden Und östlich davon aus dem Gebirge sind sie auch schon da auf Östlich von der Valk, oder östlich von Side-Abad? Ne, Side-Abad Da kommen sie gerade, äh, nach Norden hoch und, äh, im Osten vorn ist auf dieser Hügelkette Genau, da kommen die Oren Ja, sicher Warum sind wir jetzt aus, haben wir die P-Station schon genutzt? Ne, noch gar nicht Check Ja, weiter da bleiben Die werden kommen Alles klar Äh, hier im Nordwesten bei der Hub ist ein BTR Du musst, äh, du musst dem, brauchst Bescheid sagen, sobald er sich auf der Hügelkette zeigt Ne, brauchst du, müsste ein Westkli von hier sein, irgendwo Ich hab dir nur geraten, wir ein bisschen Check Tschüss Ja, der müsste sich gleich zeigen Er war auf uns gefläst, genau Jungs, wir sind am Captain, jetzt alle rein Wir sehen aber nur seine, seine Gun Jetzt ist er weg Jungs, komm zum Squad Alle in die Capzone, ab Squad Edition Capzone Ne, jetzt, eigentlich, weil sie, alle in die Capzone Ich hab gar nicht mehr in die Capzone Äh, weiter, wir fahren kein Konferenz, anscheinend Auf dem Techmark, das sind MGs, leichte Was ist der 30er? Gute Wurde 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 10, verbündete Sternrechts Rechts Squad Leader braucht Munition Die hat keine Munition mehr squad did feinkontakt von meiner position ausrichtung südwest haben wir aufklärung vom 30er negativ wissen wir noch nicht wo der 30er steht äh mosti kann sein dass das gardunterbau hier an der main abgefangen wird jaja das sind wir gerade wegen dem hingehen ja ich flieg mal kurz hin naja also William hat sich gerade beschwert sauber schön weiterkäppen Jungs wie geht es in der tau ja bravo ist einmal supplying genau kann ich Logivan machen hörst du mich die sind wir nun verhebt aber wenn wir flankiert ja irgendwie werden wir so aus flankiert Jungs 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 ist unser Kopf auch noch weg so war es ja ja versucht nach Siderbat euch zu verschanzen in den Gebäuden drin wenn ihr noch lebt ich habe es nur angegaben ich habe es nur angegabt ich bin jetzt direkt auf deiner position ich bin jetzt direkt auf deiner position ja Jungs Also in der Main-Base-Zone, oder? Na, warte, warte, warte. Ich muss jetzt erstmal mit dem Skolp-Innen ausdiskutieren. Okay. Na, Jungs, wir werden gleich warten, bis der Brabus in der Main ist. Dann werden wir mitnehmen und dann werden wir uns westlich von Sider-Bad hinbewegen. Na, 54, voll machen gleich, Brabus. Wir können auch alle schon mal in der Main spawnen. Äh, ja. Äh, 4B-Ausfahrer, äh, der Main-Base-Zone. Okay. Sammeln uns beim Haupttor. Ich verstehe immer Brabus, ne? Bravo, ja, okay, nee. Ja, das ist, ich hab mir gefordert. Ja, wir fahren über Nord. Ich hab mir den Brett. Na, dreh einmal, dann hör dich raus. Hast du mich über... Ja... Ja... Und hier ist natürlich... Komische. Links. Links. Also, wir wollen jetzt... Ich denke, es ist von Sider-Bad, ja. In diese Kurve müssen wir fahren. Wir verlieren, Cap. Also, wir werden ein Hauptfestiv von Sider-Bad bauen, das werde ich mit dem Nils und dem Brabus zusammen machen. Die anderen Fire-Teams gehen gleich in die Cap-Zone, weil wir verlieren schon Sider-Bad jetzt. Äh, ich guck noch, als ob ich den 30er finde und danach muss ich weg. Check. Ähm, magst du das Quadrat mal fragen, ob die die Position bestätigen können? Die sollten sicher vom 30er, glaub ich, haben. Hey, Loren? Ich sehe die dringermarkierung gerade, die... Ähm, das ist das... Was vor 3 helfen kann. Ähm, das ist das... Ähm, nördlich von mir... Komm mal bitte ganz schnell nord-westlich von dir zu mir rauf. Ich glaube, wir müssen falsch markiert worden sein. Da hab ich schon gehört. Ach... Ah... Ach so, du bist ja noch da. Okay, nevermind. Was wolltest du denn, Tali? Ja? Weiß gut, die 3 ist anscheinend ein Radio. Tali, ich hab mal einem aus meinem Squad Bescheid gegeben. Vielleicht kommt Borsi aufs Video. Oh, Borsi. Super, ich hab jetzt alles über Tali. Ich hab's verstanden, Borsi. Ich geh mal Richtung Ost. Da ist auch ne... Der Tali braucht jemanden, um das Radio abzuschaufeln. Fahrzeug ist da nicht Borsi. Okay. Äh... Wir fahren ja die Kurssicht von dir. Vielleicht versucht ihr den Fluss nach Saitaba zu kommen. Ich glaub über den Berg ist Töde. Mutter aus, Mutter aus, das reicht ja aus, Jungs. So, raus, raus, raus. Pack uns doch mal hier. Tali mitkomm richtig weg. Ich brauch Bravos und Ten Nils zum Setzen des Radius. Und dann versteckst du den Truck irgendwo östlich bei den Gebäuden. Mach dir mal die Meisterung. Mach dir mal die Meisterung. Mach dir mal die Meisterung. Geflogen. Ausbrecher runter. Äh, Feindkontakt, andere Seite vom... Ah, das ist einer von uns... Halt von Binater, 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 Binater. Wir versuchen gleich hier in diesen Kumpa zu kommen Ich bin angekommen und dann gestorben Also, schön dazu Tschüss So bitte, du machst ein bisschen was frei Du hast noch ein bisschen gebraucht Ja Überwein, ist halt euch Seid mir gegrüßt Biss, bisschen mehr abfahrt Hallo Hallo Hatschi Lohren Grüße, versetzt laufen Sorry, aber muss das sein Okay, verstanden Immer wieder Gesundheit Hallo Hatschi Falls was ist, ich glaube Sean ist auf dem Server Das ist dann jetzt der letzte Admin Check, der Julio ist dann bei mir im 3D Ich glaube bei uns, von uns kommt noch ein Admin Checking Bis dann Tschau Okay, tschüss, mach's gut Tschau Wir reichen alles hinter Baden Fangenkontakt in den ersten Kumpel Beweichern der Attackmark Check Check Beweichern der Eher Oh, Alter Links! ich wollte erstmal nebeln bevor er uns wieder weg holt ich wollte ein bisschen im dreck liegen ich gehe mal in den Gumpau nördlich von der Nier danke ich liebe dich was soll ich noch halten ja oben auf dem Berg ich sehe nichts mehr wir müssen jetzt hoffen dass wir uns nicht wegkommen wegkippen hier ich hatte noch keine Feinde da kann man sich nicht zu fest ja wir haben best auch nicht getakt da ich gehe Das war's. Oh, weit weg sind die jetzt auf den Hügel und wir dürfen geklebt machen. Und die schießen jetzt aus, äh, er ist schon teilweise markiert, Jungs, Südwestrhein. Weißt du was Klaus? Du kriegst meine Augen, sag wo ich hinlaufen muss, sind da oben noch Feinde auf dem Hügel? Ja, ficken aber nicht. Ja, mir egal, das hält nicht rum und die ist weg. Nur sagen, wenn es zu einem siehst, bitte. Ja, Jungs, wir rücken mal weiter vor. Jungs, wir pushen drücken, West. Jungs, wir pushen drücken, West. Jungs, bleiben wir zum Abbrücken, nicht im West. Jetzt hab ich's nicht, kannst du zu dir? Über dir scheint erst mal Fahrzeuge. Los geht's. Kannst du doch einruhen, danach hab ich keine Einzige. Fahrbrücken, los geht's Jungs. Ja, direkt fest, nicht von dir. Oh, die werden eingeschossen. Das passt gut. Ich hör sie, ich hör sie, ich hör sie. Jaja, ihr kleinen Schweinchen. Mg ist da und da oben. Danke. Wenn wir da, wo der Moonmarker 2 ist, werden wir dann den A4E sehen, das glaube ich gar nicht. Da will ich ihn erstmal, da gibt's andere mitmachen. Rade, zur Information, die Feindstellung da oben, wollte grad überlaufen. Also da oben, auf dem Weg ist. Ja. Da sind Mg's, ja. Ja. Der Bravos kann ausrichten, auch den großen Hunder, den ich markier. Ich muss euch decken, ich überdecke euch euer Medic-Kontrollen und dann bist du weg. Und versuchst uns zu überwachen, während wir auf der Straße sind. Irgendwie am Groen, die haben Steinen oder so. Da kann man auch bestätigen. Boah Julius, du bist ja ein bisschen hinterher, ne? Sorry, ich wusste vielleicht, ich hab heute unerwartet einen Besuch bekommen. Alles klar. Okay, viel Spaß noch. Ciao. Ciao. Okay, ich. Ciao. Ja, unser Medic. Komm mal in ihm. Wir sollen mal mitkommen. Wir sind vier, fünf Fakes auf einen Haufen. Wir sind hier. So. Hat irgendjemand in diesem Squad nicht hier? Wer ist denn? Habt ihr ihn? Habt ihr ihn? Ich traine die AT. Kannst du uns kommen? Kannst du uns kommen? Ja, mein. Das zwei. Wir haben die die Kommunikation, wenn ich sterbe. Ich komm gleich nach. Sayed wird aus dem Norden angegriffen von den Hügeln. Kompletter Squad. Wir könnten ein Vor- und Lacken sein, Jus. Wir wissen es nicht genau. Bis mal weg. Feinde in 50 Meter. Ja, Gegner auf Sayed sind drauf. Ja. Verwärts sich den Arm. Vielen Dank. 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 Licht aufgeben. Wir räuchern den aus. Weiß Paket ist auf einmal der Dächer drauf, das MG und zielt die ganzen Leute ost ab. Vielleicht versucht, Eheübungen mit Marker herzukommen. Auf einmal Marker, das MG. Ihr seid nur zu dritt da unten. Ich bin down. 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 So, gleich wird da ein bisschen weiter näher drangesetzt für euch. Ich bin down. 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 Check. 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 Ich bin down. 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 Servus. Hier Bacon. Dunge ihr? Seineена sind aber auch 안�kommen. Was ist so? Si senses your head. Was ist die Seine der Berg? Die sollen nicht reinwithende. Sie sollen einfach defensiv bleiben, dass wir nachrücken können Bastel Pussball nicht weiter vorwarten, halt einfach die Position, dass wir nachrücken können Sauber Jungs, wir nehmen Puppe sogar leicht an Okay, die Cilio kann schon auf die nächste Flagge gehen, haben wir beschlossen Wo ist das Schatzradio? Irgendwo im Süden Okay, das ist markiert Zyp, gehen wir auf O.W. Feindlicher Lodzchi fährt auf Richtung Bahadur Bahadur Outskirts fährt da, oder? Ja genau, Bahadur Outskirts Check Ah, der ist weg Kommt auch ne Feindkette Aus Südwesten Noch weit weg An die Jungs, die hier, ne? C greift an, der Rest versucht sich außerhalb von Bahadur Oder im Partacke Ah, never, never mind Sag doch, dass sie den Lodzchi, alter Schwede Ähm, verteilen den Bahadur, so dass es passt Einer im Süden Ehm, hier im Südwesten kommt die Kette die Straße runter Okay Und ein Truck ist auch dabei Warte, hier hast du noch nicht hoch? Nein Ich will das nicht mehr Okay, okay, okay Ich muss gleich loswerden, wenn die Kette reinführt Wir haben ja echt nix gegen die Halt euch schön in Bahadur, necker Sound Äh, ich glaub wir fallen inside Ah, der Bahadur wird gekettet Gibt es noch mal ein Rallye da vorne? Ein bisschen näher? Oder oben an der Fox? Ich geb euch noch mal einen auf der Frage der Fox Ich setze euch gleich Rallye, das dauert eh Fuchs, da könnt ihr gleich auch an der Fox fahren Rallye kommt in Norden Squad Lead, wenn du gecaptest, renne ich schnell zur Vorbau, hol mir Muni, dass wir bereit sind Check Endlich Schütze ist da Da sind Dussenlich, sind die auch in der Fall Es ist so konservativ, wenn wir die Vorbau nicht bauen müssen Auf ganze Squad Lead Check Auf All Squirt mittlerweile einfallen Squad Ja Ich würd sagen, Charlie Black ist auf der Def Ja, wir verteidigen erstmal, bis sich die anderen Squad und sich brauchen Ewigkeit zum Nachziehen Wir verteidigen außerhalb Ich bleib hier, guck mir die Capzone an, sag, wenn irgendwas stimmt Mal schauen, wie weit ich komme Wir verteidigen nicht, jetzt verteidigt sich die im Norden Versuch, ne im Norden, ne Ja, ich geh Norden, wenn ich auf den Hügel da Außerhalb West ausrichten, ich sag schon, wenn ihr wieder zurückkommen müsst Ich bin dran Bin dran Hab nichts gesehen, ja, die Kette auf jeden Fall Ich bin dran Ich bin down in Richtung Nord Da ist was die Kette auf der Straße Okay Ja, wahrscheinlich Ich fahre in Richtung Nordeingang gleich Die wollen von Nord oder Nordwest kommen Oh, das klingt nach Da muss man nach Nord gucken Ne, war Nord auf der Straße, da war es Aber ich glaub, ich glaub Gut Das war, das war was Großes Das war was Großes Ja, das ist die Das ist nur die Kette, okay Weiß ich, wave Dann hast du aber einen Frontman vorgekriegt, waal Jo Jo Warte Jo Ich geh mal links rum Wenn es Gott lieb, krieg ich einmal Taxi als mein Motionssträger Ich bin hier auch noch Jo Ah, da sind wir zufrieden, glaub ich Aha Also, Piet unten an der Straße sind noch 3-4 Gegner Okay Check Kettei halt hier auch noch rum Boah, jetzt kam ihn auf den anderen Ich hab schon viel genug, ich hab noch mal Unterstützung gebeten In weiteren 5 Minuten haben wir dann auch die Unterstützung, vermutlich Kette auf ping Noch mal Pink Wo ist die Kette? Auf ping Genau, genau Danke sehr, man Nord-Süd immer hin und her Wir könnten einen Lodge her Ja, ich hab schon alles angefordert, aber hier passiert gar nichts Ja, schick doch zu einem von uns Ähm Ja Piet, wenn du nachspawnst, spawn mal da bei H991, da wo und klau mal den Lodge, der da steht Sippe, das war dem Werk hier vorne Ja, die Punkte kommen wieder raus Ja, die Punkte kommen wieder raus Sehr gut, ich bin zu dem nächsten Treff, ja Taxi, komm her Ja Triffst du überhaupt was mit den Raketen? Müsste der Warrior sein von uns Ja, knapp daneben gerade So oft wie du schießt, kommt es vor, als würdest du nicht treffen Ich hab gekauft Ich hab sogar Position Sogar Wachtel hat daneben geschossen Du hast knapp daneben gesagt Es ist das Gegend von Treffen Ja, aber der hat daneben geschossen auch Ja, Wachtel ist ja auch erst 14 Ja, Feindkontakt Arzt der Schütze Unsere beiden Munitions- und AT-Spezialisten Nördlich von euch ist Infanterie, ne Nicht, dass wir dann beim daneben schießen noch auf Intran-Drehen stößt Ja, und? Ich glaub, der hat sich ausinfanteriert Dann kriegen die halt ein RPG ins Gesicht Bis nächstes Mal kriegst du erst ein Event zum Treffen von zu weisen nach Stelodin Wenn ich jetzt... Was hab ich denn? Also versucht außerhalb zu bleiben Ja, Kabel Herr Taxi, was soll ich jetzt? Jetzt ist er sich zurückgezogen Ja, er wird vor deinen daneben schießen gewarnt Ja, siehst du? Ja, siehste Ja, siehste Ah, ich seh ihn Ah, der rief mich aber hin Herr Barkus Wann dir da geben dir was? Wo du gestorben bist? Ich bin tot Ja Taxi, vor dir? Ja, überall Taxi, du bist allein Pete? Ja, auf bitte Sammel mal den Linko Er ist auf deinem Weg, Pete Den sammelst du mal ein, ne? In dem Moment Gerade Gerade auf einmal Keine Etikette Check Pete kann durchfassen Pete kann durchfassen Arme Team, die Sonnen Ehe, hast du den? Ehe, ich nehme die Popper Mal gucken, ob das kommt Hast du den? Wir sind beide da Nein, ich habe ihn nicht Ich bin nicht dann Direkt laut Direkt laut Direkt laut Direkt laut Bis jetzt Das sieht mir nach Fake aus Wenn dann aus Richtung West Ich hol dich dann Ich sag schon, wenn die Capsule überlaufen wird Wir könnten ein Medic auf unserer Position geworfen Ja, ich komme Heels, komm vorbei Wir haben feinde Klaus hier, Melko Ah, ok Und wo ist hier? Wo bist du, Hustler? Ach da, verstanden Ich hole dich mit dem Logi hin Ich hole dich mit dem Logi hin Ich hole dich mit dem Logi hin Ich hole dich wohin mit dem Logi Ja, fang rein nach Ich will den Poppern eine zweite fortbauen Aber ich brauche jetzt zwei Mann Das heißt Taxi muss auch zu mir kommen Dann passt das Taxi und Peter setzen dann zusammen Das Radio hier drin Äh, ich glaube wir haben Infantry Nord Ja, zu klar Ja, zu klar Taxi? Nein Nein Fehlt unter Treff auf dem Quadrat? Fehlt unter Treff auf dem Quadrat? Was? Warum hast du so? Wenn ich Infantry treffe Nein Nein Hey, sag was Swats 3, die sind dann auch noch so drauf Die schießt, die schießt auf eigene Check Stunny Ja, ich weiß Ich muss sagen, dass Ja, ich hab's auf jeden Fall nicht mehr bescheiden Er hat sich nur noch nicht dazu geäußert Feind hat auf Weimar Feind hat auf Weimar Feind hat auf Weimar Was ist auf Weimar? Feind hat Feind hat Check Weitere sind auf dem Hügel Ja Prego Team ist ready Waren wir da? Waren wir da? So Hey Jungs Ist ja natürlich noch nicht mehr Auf geht's! Der Deck zu dreißen! Der Deck zu dreißen! Nee, wir werden die Schuhe Ah Okay, ich schütze auf Weimar Check Ja, danke Ich hol den wieder Ich hol den wieder Nee, Deck du mal Ich hol den wieder Ich wurde auf Distanz weg heute, also Du hast den erwischt? Geiles Zippe Mit oder ohne Weibrod? Ja, natürlich, alles ist Zippe Ähm, der 200 Tickt er sich grad zu einer hingehen? Ähm, ne? Scott liegt auf Einmark Äh, falschen Infanterie Ja Die weitere Fallen auf Einmark Ja, er kennt jetzt noch Noch, doch Da kennt ihr auch Wir 애� auch Ehm, ein, ein, ein Ja, check Ein weiteres, das war's Die ist, Gott, sehr ehrlich Und dann sind die Dm drauf Ja Check Nee, das merkt Und noch was anderes Was ist das? Kett und BTR Ja, Kett und BTR, ja Kett und BTR 2x20, 2x20, 3x20, der WDR Sind gerade die beide auf einmal, gerade sind beide auf einmal Schick Da außerdem, da außerdem, da hat sich ein Squad vom ziehen da Da hat er keinen Fall Ja, da hat er keinen Fall Ja, ich bin auf, A690, A690 Danke Bitte Warte, da hab ich nicht zuhört, ich hol dich zurück Danke B1 B1 Also beides Ist da, ist da, ist da Lade Äh, weiter 3x308 in den Gebäuden, etwas rum Auf Bitte schön Da sind, da sind alle da Kommt KK Ähm 1-2-18 glaube ich fehlt Ja, ähm 1-80, 1-80, ja 7-84% Ja, als ich nicht mehr 1-80, ja Mö 3-80, ja 7-80 4-80, ja Ja, 2-80, ja Der kommt gleich noch zu der Flucht Der kommt gleich noch zu der Flucht Ich bin doch nicht ganz sicher Skullklin, ein Fahrzeug ist hier auf dem Markt Das andere ist ein bisschen weiter links davor Ich hab da noch ein Radio Mann, der vorbeigte Komm mal Meine Amux müsste da glaube ich noch liegen Oder habe ich die aufgesammelt? Ja, check Boah, IGP noch zu schnell Mein IGP aus Skull 2 hat das dann doch nicht gepackt Das Ding ist weiter links Boah, er bleibt bloß in Deckung Alter Uiuiui, die schießen hier ganz schön ein Ich hab uns mal eingesmokt Ich glaub, das ist krank, wenn ich weiter Jetzt ist was los Ja, ich hab eine Bandage mehr Wo Ja, warte mal Vielleicht liegt hier irgendwo Munition Fissel? Ja, ich hab uns Ich hab noch nie gesehen 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 Ich hab uns getroffen Ah, fuck Wir haben nur noch 63 Munition Deswegen hab ich es gelassen Ja, dann nutzt du das bis zum nächsten Mal Ah, scheiße Nein, ich hab noch Munition Alter, was ist das für eine Kackpose hier oben Ich hab noch nie gesehen Aber sie ist halt mega offen in alle Richtungen Oh, oh, ich lebe! Oh! Schon ein bisschen sprach hier oben Oh! Fahin Richtung Nord Fluss, näher als Flü- näher an euch dran Weiter als Fluss Da sind niemand durch Ich schieße mich der Hammer zusammen, ey Willst du mich noch mal heilen? Aua, ey! Stein, ja, feindlich nicht, vor euch Ich hab' den Stein, okay Ich bin zufrieden, bis die Kanzlerin Ah, da bleibt die Kanzlerin nicht drauf Der scheiß BDR hat uns festgenagelt Der muss weg sein Scheiß BDR in den Boden Ich bleib ein bisschen vom Belk Oh, ich bin down Schauschütze, Leute Taxi, da sind zwei Infanteristen bei dir Oben Auf 170 Ja, hier im Norden kommt der PTR, close Ja, Norden ist schon ziemlich close Der ist schon ziemlich close Aber der ist auch Den ist halt auch da, ja, genau Der PTR ist aber bereit, der ist nicht auf den Wo sitzen der Tees, wenn man sich überrechnet? Ich bin drauf Ah, check 30 Sekunden oder so Ah, schlecht Ah, schlecht Äh, ich glaube Norden ist auch ein Scharfschütze oder südlich, ich meine Ahnung Ja, 30 Sekunden Der Infanter ist zufrieden, wenn wir hier auf den Bär kommen Kann man sich gut abdragen Okay, ein Infanteristing Ja, da bist du selbisch Ja, das ist das Fahrzeug 10 bis Rally Ja, 10 bis Rally Ja, 10 bis Rally Ja, 10 bis Rally Ja, 10 bis Rally Ich bin erstmal weg Ich bin erstmal weg Ja, tschau, mach's gut Ich bin erstmal weg, für Spaß zu hören Ist das ein Dreck Entschuldigung, jetzt müssen wir wieder über Propagadour die Kontrolle erlangen Oh Sorry Taxi Wo ist Taxi? Der ist nicht hier im Channel Oh Cap-Status ist die Gegner cappen Fuck Sorry Ich bin der einzige mit Becker für den hier Guten Abend Guten Abend Guten Abend Servus Das ist der Unsinn, hab ihn getrunken Das ist der Unsinn, hab ihn getrunken Hallöchen Mit deinem Gewehr oder mit der Rakete? Mit der Rakete Mit der Rakete Bei mir das ist zum Blatt West die Fakke, Ost, 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 Osten Der BTA hat voll in die Muni kassiert Wotten? Ach, wir hatten den TSB Ja, schön Ja, der war hier auf den Boden Ja, ich rate ich auf den Boden Ja, ich bin down Ist auf dem Logo Ich bin direkt Nicht auf dem Pink, aber... Ich bin schon Ja genau, du hast es schon markiert, ist gut Ja, wie gesagt, die schaufeln jetzt schon Ja, ich hab's euch nicht Ah, fuck, ich muss gehen, Jungs, tut mir leid Ciao Tschüss Alles gut Ja, solange wir nach Haken kämpfen, wer oben Popper oder sowas Ja Ja Moin Moin Hallo Entgegnete, äh, APC-Marker korrekt, oder? Und er braucht vorhin da, der APC Am besten, ich weiß nicht, wo er jetzt ist So, wir spawnen nochmal am Rallye und versuchen, die Zeit rauszuholen, wie möglich 15 Sekunden Patrick, wir setzen uns nach Nord kurz ab und verlegen den Rallye kurz, kurz, 100 Meter Nord oder 15 Meter Jojo Der hält nämlich nicht mehr lange durch Zum Angriff Obwohl Obwohl Naja, das war's Sonst, wenn wir möglichst weitergehen, dann Ich glaube, ich bin schon wieder hin Obwohl Auf Fünfzehn bis rein. Hör auf, Bericht. Kippschluss. Taxi, Kippschluss. Taxi, Kippschluss. 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 Zögert aus, Snipeg. Jungs, jetzt müssen wir die irgendwie aufhalten. Ist gleich durch. Auf der Tag Mark ist ein ganzes Report, das brüncht. Pusch mit Lichterrat raus. Da ist glaub ich gestoppt. wir cappen krass, war gut wir cappen auch nicht mehr wir haben so gewonnen wir haben so gewonnen wir haben so gewonnen wir haben so gewonnen zippel, du hast es auch wieder übertrieben ach ja wir hätten so einen gerne weg und dann wir werden so einen der